Und was du mich nur noch mal dank für dein Haus Na dann Ich hätte gerne einen Taser Sie können ja mal, wenn sie gerade eine Stunde Zeit haben, mal mit ihr reden Ist denn jetzt mittlerweile mal hier ein Cop da, der irgendwie was zu sagen hat? Äh, ja, äh Wer sind sie denn? Also momentan bin ich doch der Ranghöchste hier Ja, dann kommen sie mal eben, bitte mit Oh mein Gott Jep, er will's wissen, er will's wissen Ich wünsche Komm, wir gehen mal eben hier in den Raum rein Das wird eine Weile Also, ich hab folgendes Problem Immer wenn ich auch hier in der Stadt unterwegs bin, egal wo Mir werden immer freche Dinge hinterhergeworfen So richtig fette Dinge quasi Werden mir einfach an den Kopf geworfen Und ich find das halt natürlich nicht so schön, ne? Das ist doch nicht Können sie sich das vorstellen, wie schlimm das ist? Äh, ja Echt? Meinst du, sie wissen, wie sich das anfühlt? Leider Gottes Muss ich das mit Jab antworten? Ja gut Das kann ich bei der Frisur verstehen Bei Ihnen ist es doch bestimmt immer die Frisur Wegen denen alle hänseln und ärgern, ne? Ja, ab und zu auch wegen dem Bauch Ja, ja, das kenn ich Bei mir ist es hin und wieder einfach nur die Stimme Ich weiß auch nicht Ist ganz schlimm Jetzt hab ich Was haben sie denn eigentlich hier für so einen Rang? Äh, momentan bin ich halt Wie gesagt, der Diensthöchste hier Rang 2 wäre das Also sie haben ja so richtig was zu sagen im Schuppen, denk ich mal, ne? Äh, also nein Das, äh, wie soll ich das erklären? Die Herren, die, ich sag mal, das gesamte PD-Leiten, die das größte Sagen hier haben, sind grad nicht im Dienste, beziehungsweise nicht anwesend Äh, da ich jetzt grad Äh, der Ranghöchste hier bin Mit der Leitstelle zusammen Das hört sich gut, also haben sie so richtig was zu sagen Das hört sich sehr gut an Äh, also sind sie quasi Mein, mein Officer-Mann quasi Gerade hier Äh, für Ihre Fragen stehe ich zur Verfügung Ähm, aber jetzt, der, der was zu sagen hat Bin ich jetzt nicht so, ähm Es kommt ja drauf an, je nachdem, ob sie euch Ja, jetzt gerade haben, jetzt gerade haben sie was zu sagen Sie sind jetzt gerade mein Mann Sie sind der Diensthöchsteste Äh, ja, das, das, das kann gut möglich sein, ja Ja, kann gut möglich sein oder ist so Äh, ja, also momentan, ähm, ja, unter anderem Wie unter anderem? Was denn jetzt? Ja, oder nein? Also ich will mich jetzt nicht als Chef ausspielen Aber momentan hab ich halt auch, äh, was mit der Kojones Also haben sie gerade quasi die dicksten Kojones Wie man so in Mexiko sagt Ja, bis jemand kommt, der die dickeren Kojones hat Ja Gut Nicht, dass ich das irgendwann mal bin, ne? Äh, wie Ja Kann ich ihn dann irgendwie Ja, ich brauch nen Taser Äh, das ist so nicht möglich Wieso ist das nicht möglich? Ich kann ihm keinen Taser aushändigen Ja, ich hab aber immer das Problem, wenn ich nach Hilfe rufe, kommt keiner Äh, ja, ja, verstehe, verstehe Ja, verstehen Sie, ne? Der Taser ist aber nur, ähm, den Polizisten vorenthalten Ja, aber wenn ich jedes Mal nach der Polizei rufe, kommt einfach keiner Äh, ich bin doch heute auch zu Ihnen gekommen Als sie, äh, den Herrn da hatten, der in seiner Hütte eingesperrt war Ja, aber ziemlich spät, ne? Äh, was heißt jetzt ziemlich spät? Ich kann Ihnen mal, ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben Äh, wie meinen Sie weiß nicht? Hilfe! 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 Hey, gehen Sie nicht gucken, gehen Sie nicht gucken! Gehen Sie nicht gucken! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! ihnen hier drin alleine sein hinterpacken sie mich noch an wer wer ist denn der zweithöchste hier oder nicht wer ist denn hier noch an zwei abgesehen von mir hände hoch wer hat hier die höchsten cojones gerade im stall ich glaube wenn sich Kalle meldet dann habe ich nur die cojones hier bis halt noch einer kommt der noch größere cojones hat irgendwann bin ich das passen sie auf ja was gibt es denn jetzt ja was ist mit meinem